Hallo und willkommen bei der Steinezeit. Im heutigen Video geht es nochmal an der Landschaft hier auf der linken Seite weiter. Ich möchte den Bereich hier fertigstellen, das heißt Tunnelportal einbauen, Lücke schließen, noch ein Brett oben draufsetzen, das Ganze dann richtig schön noch begrünen, die Felsen fertig bauen, die Lücke hier gar schließen und dann wäre der Bereich auf der linken Seite von der unteren Ebene fertig. Und das ist dann ein riesengroßer Baufortschritt schon, weil dann haben wir es geschafft, die linke Hälfte hier unten dran zu bauen und dann kann ich mich wieder anderen Themen widmen. Die Grundarbeiten sind jetzt schon mal soweit gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier die Baseplates reingesetzt, zwei Stück waren es an der Zahl, entsprechend angepasst, dann habe ich hier die Lücken gar geschlossen, die an der Seite noch drin waren, auf der Seite oben dann die Felsen grob positioniert, wie sie hinkommen. Das Tunnelportal selbst ist jetzt auch positioniert, wo es stehen soll. Und da habe ich jetzt Noppen, also Steine mit seitlichen Noppen verwendet, da kommen dann noch Fliesen hin. Ich musste jetzt allerdings innen drin die Felswände neu positionieren, und zwar von hier vorne vom Tunneleingang, das war zu weit drin gestanden, bis dann hinten zur Auflacherfläche. Dasselbe musste ich auf der Seite machen, das war jetzt doch recht viel vom Bauen her, da alles raus musste. Entsprechend mussten dann auch hier vorne die Felsen angepasst werden, neu positioniert werden. Und da bin ich jetzt froh, dass ich beim letzten Video am vorderen Stück noch nicht so viel gebaut hatte, sonst hätte ich das auch alles raus machen müssen. Der ist jetzt noch locker, der war auch draußen, um an die unteren Felssteine hinzukommen. Ja, dafür können wir jetzt das nächste Brett reinlegen, das wird jetzt auch noch unten schwarz gestrichen, da kam ja ein Tipp dazu, das werde ich natürlich umsetzen, das hintere Brett ist schwarz gestrichen, und ich werde auch noch das hier unten schwarz anstreichen, so schaut dann das Ganze momentan aus. Und ich habe auch hier unten schon ein Kabel reingelegt, falls doch mal die Weiche elektrisch geschaltet werden soll, kann ich das dann auch noch nachträglich einbauen. Das wird natürlich auch noch versteckt, das Kabel, dass man es nicht mehr sieht. Die Bretter habe ich jetzt rausgenommen, die sind gestrichen und die Farbe trocknet gerade. Dann habe ich jetzt hier unten angefangen mit begrünen, grünen Bläts reingelegt, die Bergstruktur hier hinten habe ich fertig gebaut, dann sind die Fliesen schon dran, die Lücke ist hier geschlossen, und hier oben ist auch die Lücke geschlossen, dann haben wir einen sauberen Abschluss zu dem Berg. Das Tunnelportal ist jetzt erst mal soweit fertig, die Fliesen sind dran, der Deckel des Bretts ist oben drauf, hier auf der linken Seite sind jetzt auch die Felsen fertig gebaut, die Struktur passt soweit, gehört jetzt hier auch nur noch begrünt und verhübschert. Es hat alles funktioniert von den Maßen her, das Ganze lässt sich auch gut verbinden, das ist eine richtig gute Idee, kann ich auch nur empfehlen, dann entsprechend, wenn man mit Steinen das Ganze erhöht und eine 16 mm dicke Platte nimmt, dann geht es auch alles immer wieder auf von den Noppen und von der Steinhöhe her. Ja, die rechte Seite hatten wir uns ja schon angeschaut, dass das jetzt alles soweit fertig ist. Wir können auch mal unten in den Tunnel reinschauen, also es ist dunkel, es ist schwarz gestrichen und auch das ganze Bild passt soweit ganz gut. Und der Tunnel ist jetzt relativ modern gehalten. Ich hatte da einen Tipp bekommen für das Tunnelportal mit Schrägen, mit so Sachen, die nach außen weggehen. Das hat hier jetzt leider nicht gepasst, weil die ganze Breite hier zu schmal war für das Ganze. Ich werde aber trotz alledem versuchen, das Ganze dann hier hinten auf der Seite einzubringen. Da brauchen wir auch noch zwei Tunnelportale. Da ist auch wesentlich mehr Platz, weil der Tipp mir doch recht gut gefallen hat. Also ich habe das nicht vergessen, das so umzusetzen. Ja, obendrauf habe ich die Baseplates jetzt auch anders gelegt. Die waren ja erst dort hinten gelegen. Und die bleiben jetzt erstmal hier vorne, weil hinten soll ja dann doch das Ganze nochmal erhöht werden und eben die Burg drauf kommen. Das wird sich dann im Laufe des Jahres zeigen, wie ich das umsetze. Und hier unten schaut es dann auch so aus. Wie gesagt, das Brett ist gestrichen, ist eine tolle Ansicht. Auch nochmal danke für den Tipp. Auch wenn jetzt hier nochmal helle Lücken drin sind, das wird natürlich dann auch im Laufe der Zeit geschlossen, indem ich hier Steine auch zur Seite hin baue und das Ganze auch verkleide. Das wird aber dann kommen, wenn wir mal hinten den Berg gebaut haben. Und dann werde ich von hinten nach vorne bauen, weil wenn ich jetzt das gleich vorne alles fertig baue, dann würde das eventuell stören. Ja, jetzt geht es dann noch weiter ans Verhübschern. Das Tunnelportal ist fertig gebaut. Verhübschert, begrünt und alles gestaltet. Auf der linken Seite hier die Böschung fertig gemacht, die Lücke geschlossen, mit Blades ausgebaut. Das Ganze etwas begrünt, nicht zu viel und nicht zu überladen. Auch hier habe ich noch ein bisschen das Ganze hügelig gestaltet, damit es nicht so eintönig ausschaut. Ein bisschen Grünzeug drauf. Innen drin habe ich hier auch noch ein bisschen das Ganze jetzt hübsch gemacht. Die Slopes sind alle, halt nicht die Slopes, die Noppen sind alle abgedeckt mit Slopes. Entsprechend auch noch mit Grünzeug dann auf dem Felsen dran. Und so schaut es momentan aus. Und auf der anderen Seite habe ich das Ganze natürlich dann auch schön gemacht. An der Einfahrt ein bisschen Grünzeugen, ein paar Stängel hingebaut, die Noppen abgedeckt mit Slopes und dann auch teilweise mit grünen Steinen und Blüten gemacht, das Ganze. Ja, hier nochmal vielleicht kurz zur Info. Ich habe das nochmal rausgesucht. Das ist so ein Eckstein und mit zwei solchen Ecksteinen war eben geplant, die Einfahrt zu machen. Aber es wäre wirklich zu schmal geworden. Deshalb tun wir versuchen, das Portal dann auch hier hinten einzufügen. Da habe ich dann noch reichlich Platz. Ja, schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Ich bin ganz zufrieden. Ballastplätze kommen natürlich auch noch irgendwann mal mit hinzu. Wir sind bei der Zugfahrt angekommen und wir werden jetzt erstmal wieder mit den beiden Zügen hier fahren. Den DGV und den ICE. Wir machen eine Parallelfahrt heute mal und schauen uns an, wie hier beide Züge gleichzeitig fahren. So, sieht klasse aus. Rein in das neue Tunnelportal. Ja, ist gar nicht so einfach mit den Steuern. Ich habe momentan Unterstützung hier mit dabei, damit es auch halbwegs funktioniert. Wir sehen jetzt hier erstmal nur den DGV fahren. So, und jetzt sollten beide Züge hier wieder rauskommen aus dem Bahnhof. So, ich beeile mich. Sieht klasse aus. Wollen wir mal ein wenig schneller bauen. So. In den Berg rauf. Ich weiß nicht, ob ihr die Shorts gesehen habt. Da hat es beim letzten Mal einen kleinen Unfall gegeben. So, das Mal klappt es ganz gut. Jetzt fahren wir noch ein Stück. Ich gehe jetzt schon mal ein bisschen runter vom Gas. Der ICE kann ein bisschen schneller fahren. Weil wir machen jetzt einen Richtungswechsel. Und zwar lassen wir den ICE jetzt auf der Seite fahren. Und da sehen wir jetzt, wie gut die Kehrschleife hier ist. Und jetzt fahren wir zurück in den Hauptbahnhof mit dem DGV. Und der ICE, der fährt mittlerweile hier unten. Fahren wir ein wenig langsamer. Dann haben wir auch noch eine schöne Zugbegegnung. Ja, und da geht es rein in den Bahnhof. Jetzt warten wir nur noch. Es wird noch ein bisschen gebremst. Bis unser ICE wieder anfangen kommt. Und dann fahren wir noch ein bisschen und schauen uns das gerade an. Schaut doch klasse aus, die beiden Züge. Und ich bin wirklich am überlegen, den Zug von Kasi zu verlängern. Dann haben wir hier zwei schöne lange Züge. Und ich denke, der Motor packt das auch in den Kasi-Zug. Weil der fährt momentan schneller und besser wie der Lego ICE. Also von der Geschwindigkeit her jetzt gesehen. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann.